Und los. Los geht's. Hier zuerst, typisch finnisch, zwei Türen, gegen den Schall. Also wir kommen rein in die Wohnung. Hier, Schränke über Schränke, nicht funktionierendes Dell, DSL kommt noch. Solle Sicherungskosten. Ab ins Bad. Waschmaschine, Specken, Klo, Dusche, Sauna, klein, aber fein. Das lustige Thermometer, dass es mir sehr gut warms ist. Und jetzt das Wohnzimmer. Sehr schön. Ab in die Küche. Viele, viele Schränke. Riesiger Kühlschrank, Waschbecken, Herd, alles da. Und Schlafzimmer. Viele, viele Schränke. Ein tolles Bett. Viel besser als der Boden. Und das lustige Lüftungstürchen.